Mein Name ist Jennifer Hammel. Ich mache meine Ausbildung zur Tierpflegerin im Tierheim Neubrandenburg in der Fachrichtung Tierheim und Tierpension. Es gibt noch zwei weitere, das wären dann einmal Zoo und Forschung und Klinik. Morgens füttern wir erstmal Tiere, sowohl Hunde als auch Katzen. Ja, und dann natürlich sauber machen. Man muss auf jeden Fall teamfähig sein, belastbar muss man sein und zuverlässig, weil man arbeitet auch Wochenende und auch Feiertags und wenn man zum Beispiel darauf keine Lust hat, dann sollte man diesen Beruf wirklich sein lassen. Natürlich auch, natürlich sollte man auch den Umgang mit den Tieren beherrschen, zumindest schon mal vorher irgendwas mit Tieren gemacht haben und wenn man das nicht gemacht hat, dann sollte man auf jeden Fall vorher Praktikum machen, um wirklich sicher zu gehen, dass man diesen Beruf will. Natürlich beschäftigen wir uns mit den Tieren, aber im Vordergrund steht nun mal die Sauberkeit. Die Berufsschule ist in Berlin. Das heißt auch früh aufstehen und dann kommt man auch wieder spät abends nach Hause. Das ist auf jeden Fall mein Traumberuf. Ich wollte nie was anderes werden und ich bin auch sehr froh, dass ich hier arbeiten kann, weil die Mitarbeiter sind klasse. Ich verstehe mich mit denen wunderbar. Ja, und auch den ganzen Tag mit Tieren was zu machen und einfach bei denen zu sein, ist toll. Wir versuchen natürlich jedes Jahr einen Azubi zu bekommen, doch aus finanziellen Gründen ist das schwierig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.